Hallo, ich bin hier gerade am Bahnhof und habe die Redakteurin des Bayerischen Rundfunks zu ihrem Zug gebracht. Sie war heute Nachmittag mit einem Fernsehteam da und hat sich informiert, wie wir als Kirchengemeinde denn Gemeinde leben und wie wir auch Gemeinschaft leben in Zeiten dieser Corona-Krise. Ich finde es schön, dass das auch wahrgenommen wird und zwar nicht unbedingt wegen uns als St. Nikolai, sondern weil es so viele tolle und so unterschiedliche Ideen in ganz Bayern, in ganz Deutschland gibt, wie vor Ort die Gemeinden wirklich noch Gemeinde leben können. Und ich erlebe das immer wieder, dass das ohne die Ehrenamtlichen nicht möglich wäre. Die, die ihr technisches Know-how einbringen, die die Telefonanrufe machen, die die Briefe austragen. Deswegen ganz herzlichen Dank heute Abend an euch, an euch alle, ohne die Gemeinschaft einfach nicht möglich wäre. Für alle, die wissen wollen, was bei uns dabei rauskam, morgen Abend, Mittwochabend, 21 Uhr, in kontrovers kommt der Beitrag. Wäre schön, wenn ihr vielleicht Lust habt, mal reinzuschauen. Ich bin auf alle Fälle gespannt, was bei uns heute rausgekommen ist. Einen schönen Abend und gesegnete Zeit euch! Einen schönen Abend und gesegnete Zeit euch!